Ich bin Lerninformatiker, Fachwissenschaftliche Betriebsinformatik bei Humboldt und Monodutz AG. Im Moment schaffe ich 1D demand und bin im dritten Lehrjahr. Wir machen Requirement Engineering, das heisst wir werden das Bedürfnis überarbeiten und ein Kli-Projekt weiterleiten. Ich bin Lukas, lernender Informatiker und Fachwissenschaftliche Betriebsinformatik bei Humboldt und Monodutz AG. Ich bin im dritten Lehrjahr und arbeite bei MyCityOperation. Die Informatiker-Lehrer bei Humboldt machen, weil die Infrastruktur sehr neu ist. Man arbeitet auf modernen Systemen. Humboldt ist auch international tätig und man kann in verschiedene Abteilungen schauen. Das heisst wir können jetzt in vier verschiedene Bereiche schauen. Ausatation Komboldt Man Und Man 兩